Los geht's! Der ging voll durch Ihre Panzerung. Ich sehe es nicht mehr. Gegnerfahrzeug ausrichtet. Fahren Sie zur Feuerstellung. Diese ist auf der Minimap abbrechen unseren Wettren markiert. Wirkungstreffer. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug, während Sie sich bewegen. Sie müssen nicht selbst zielen. Automatisches Ziel macht das für Sie. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Gute Arbeit. Sie haben ein schwer gepanzertes Gegnerfahrzeug zerstört. Verwenden Sie die Rechtsschützenansicht, um auf Ziele in großer Entfernung zu zielen. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Zielen Sie auf die Front des Gegners oder ein Stück davor, um einen sich bewegenden Gegner in großer Entfernung zu zielen. Wir haben Sie. Glückwunsch.